hallo ihr lieben heute bin ich schon wieder da mit einem action haul und zwar auch von heute vormittag ist noch keine zwei stunden her also auch wieder ganz aktuell heute ist ja donnerstag gestern gab es neue ware und ich glaube ich habe auch was neues gekauft ich bin mir nicht sicher weil ich jetzt schon gestern weil gestern war ich das erste mal seit längerer zeit im action aber ich zeige euch mal was ich heute noch geholt habe und zwar habe ich einmal dieses set stanzen gekauft ich bin mir nicht sicher ich glaube das ist nicht neu ich hatte es noch nicht und ich fand es ganz cool weil guckt mal es ist sind bestickte rahmen aber noch besser nicht nur bestickt sondern komplette rahmen das heißt es wird ein richtiges oval ausgestanzt seht ihr dass es gibt ja eine außen und innen furchte habe ich jetzt so noch nicht ist ganz finde ich ganz cool und habe ich mir gekauft für 329 gehört das aber zu den etwas teureren standen sets von action ok was haben wir denn noch ich habe mal wieder katzenfutter geholt ja ich habe gestern katzenfutter geholt aber er für meine mutter heute für uns 19 cent für 100 gramm super preis kann ich mich immer noch wiederholen dann habe ich für meine mutter eine neue fahrklinge gekauft 49 cent kann man auch gar nichts sagen super preis und noch für die hochzeit von meiner freundin sabine nächste woche fineliner weil ich nämlich für sie ein gästebuch zum ausfüllen bastel bin ich noch dabei sagte ich die leute brauchen wir dann auch stifte zum draufschreiben die dann möglichst gleich sein sollen so den roten lasse ich dann raus für den leuten dann schwarze und blaue stifte an die hand geben gut das sind jetzt nicht besonders viele stifte da müssen die sich halt abwechseln das kriegen die schon hin dann habe ich gefunden fand ich ganz toll ein kilo handeln zum sporten da war ich ganz begeistert dass ich die jetzt gesehen habe und das sind so richtig schöne handeln mit so einem grip ja übrigens die fineliner haben 79 cent pro stück gekostet und hier diese handeln die waren ein bisschen teurer 2,49 pro handeln es gab auch ein set 1 kilo handeln direkt zwei stück für nur 2 euro ist ja viel günstiger zwei stück für 2 euro anstatt 12 2,49 aber die haben einfach so einen tollen grip die fühlen sich ganz toll an das ist hier dieses besondere material da rutscht nichts und die anderen die waren etwas größer und aus einem plastik ich hatte auch bei aliexpress geguckt nach handeln und da waren die tatsächlich alle viel teurer deswegen sind die jetzt geworden ok cool ja und jetzt zu dem wovon ich denke dass es neu ist weil es gab noch so viel augenblick star wars figuren bin mega begeistert ich habe zehn stücke geholt eine figur kostet zwei euro also 1,99 aber schaut euch mal an wie toll die sind guck mal man sieht es auch am c3 po ganz schön gemacht und die sind auch richtig schön die augen gemalt sehr detailreich als erstes hatte ich chewbacca gesehen den fand ich besonders toll das ist jetzt der chewbacca von den neuen filmen und diesen kleinen fiech da dran und der insel das hier sind zehn figuren auch ziemlich cool jenner so aus rohmann was ja so ein zwischenfilm war fand ich nämlich voll cool das ist einer meiner lieblings star wars film überhaupt und die sieht auch richtig toll aus super cool jenner so luke skywalker von der insel die alte lehrer organe ray general hax wie gesagt chewbacca meister joda c3 po obi van kenobi und zwar der von den alten filmen und r2 d2 den fand ich jetzt nicht so ganz mega toll guck mal da sind hier schon diese düsen an den seiten dran hat mir eigentlich nicht so gefallen und unten diese an den füßen gucken da noch so kabel raus die kenne ich gar nicht die düsen gehen auch nicht ab glaube ich keine ahnung aber unsere söhne dürfen auch damit spielen und da darf c3 da darf r2 d zu natürlich nicht fehlen der gehört ja zum c3 po quasi die müssen auf jeden fall mit dann gab es noch einen verräter von den neuen film hat mich nicht interessiert und rose die habe ich auch jetzt nicht gebraucht hat mir jetzt auch gereicht hat sich ja dann doch summiert waren ja dann 20 euro aber mein mann meinte auch den habe ich dann angeschrieben soll ich holen fand er auch cool und ich finde die sehen voll cool aus meinen söhne werden auch spaß hatten und dann habe ich natürlich weil alles so viel war habe ich eine tasche gebraucht das aktuelle design finde ich eigentlich auch richtig schön hatte jetzt schon länger keine action tasche mehr gekauft und die tasche kostet 58 cent so ihr lieben und das war es auch schon war ganz kurz jetzt werde ich wahrscheinlich erst mal ein paar tage nicht mehr einkaufen gehen viele liebe grüße von risa Tschüssi!